Extrablatt! Extrablatt! Facebook-Investor der ersten Stunde wird über Nacht zum Milliardär! Extrablatt! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr in das Facebook von morgen investieren könnt und damit vielleicht den nächsten großen Coup landet, wie der Investor Peter Thiel, der mit seinem Investment in Facebook über eine Milliarde gemacht hat. Außerdem verrate ich euch die Geheimnisse der erfolgreichen Investoren und wie ihr deren Tricks für euch nutzen könnt. Aber schauen wir uns zunächst erstmal ein, zwei erfolgreiche Exits an. Beispiel 1 aus der Hall of Fame. Facebook. Wie eben schon erwähnt, 2004 hat Peter Thiel 500.000 Facebook geliehen und dann wurde dieses Darlehen in Anteile umgewandelt. Er hat 10% ungefähr von Facebook bekommen. Beim IPO 2012 hat er dann 16,8 Millionen Aktien für ungefähr 640 Millionen US-Dollar verkauft. Schon nicht schlecht. Doch nach einer Haltefrist konnte er weitere 20 Millionen Aktien verkaufen für rund 400 Millionen. Das macht insgesamt über eine Milliarde, die er mit 500.000 gewonnen hat. Und er hat immer noch 5 Millionen Aktien übrig, plus einen Sitz im Board of Directors. Also für jeden investierten Euro hat er 2000 Euro ungefähr zurückbekommen. Gut, keiner von uns hat jetzt mal 500.000 übrig, die er schnell investieren könnte. Aber zum Beispiel, wenn man 250 investiert hätte, hätte man nach 8 Jahren eine halbe Million bekommen. Ich sag mal, läuft bei ihm. Beispiel 2 aus der Hall of Fame der Startups ist Instagram. Die meisten werden das auch kennen. Ein Investor bzw. eine Private Equity Firma, Anderson & Horowitz, investierten 2010 250.000 in Instagram. Und schon zwei Jahre später, wie wir vielleicht wissen, wurde Instagram von Facebook für eine Milliarde aufgekauft. Damit hat der Private Equity Fonds 78 Millionen in weniger als zwei Jahren verdient. Sprich, für jeden eingesetzten Euro haben sie 312 zurückbekommen. Um wieder zu einem Beispiel zu kommen, hätten wir 250.000 investiert, macht das 78.000 in zwei Jahren. Also da kann man sich nicht beschweren. Not bad, würde ich mal sagen. Das ist ja alles schön und gut. Nur wer hat jetzt 250.000 bzw. die Kontakte in solche Startups zu investieren? Also wie funktioniert das für den kleinen Mann wie uns von der Straße? Das ist mit Crowdfunding bzw. Crowdinvesting möglich. Damit können wir Anteile einer Firma kaufen oder erwerben und dann an deren Profit bzw. Exit, Gewinnbeteiligung profitieren. Schauen wir uns doch mal ein erfolgreiches Crowdfunding Bereich in Deutschland an und nicht nur die ganz großen Exits. Das bekannteste Crowdfunding in Deutschland ist wohl der Stromberg-Film gewesen. Innerhalb einer Woche wurden eine Million finanziert. Und nach einem Monat des Kinostarts waren die Kosten schon wieder alle drin. Und es wurde noch ein ordentlicher Überschuss von 17% erwirtschaftet. Also die Rendite war 17%. Und noch heute partizipieren die Anleger an ihrem Investment. Leider habe ich dazu keine aktuellen Zahlen gefunden. Sonst hätte ich sie natürlich euch gesagt, denn mich interessiert es auf jeden Fall auch. Vielleicht finden wir die ja noch oder kommen die noch zukünftig raus. So, aber jetzt ist nicht jedes Startup gleich ein Geldregen. Also nicht alles was glänzt ist Gold. Deswegen braucht man eine gewisse Strategie und schauen wir uns doch mal an, wie die Profis das machen. Dazu habe ich die neuen Gebote des Private Equities bzw. Crowdfunding mal aufgeschrieben. Das allerwichtigste was zuallererst geschaut wird, wie ist das Team? Passt das Team zusammen? Ergänzen die sich? Sprich einer ist vielleicht mehr im Marketing, der andere mehr im Technischen unterwegs. Dann wie ist die Historie? Hier, haben die vielleicht schon mal Startups gehabt? Haben die ein gutes Netzwerk? Und so weiter. Alles sehr wichtig. Peter Thiel hat noch festgestellt, dass oft ja verrückte Leute, die ins Extreme gehen, meist erfolgreichere Entrepreneurs sind, als wirklich der Mainstream. Also sprich so eine Art Lady Gaga Verschnitt hat ein höheres Potenzial, ein erfolgreiches Startup zu sein. Das nächste ist das Marktumfeld. Hat dieses auch ein großes Potenzial? Also wie sind die Wachstumsraten? Entwickelt sich das gerade rasant? Wie man dann quasi sehen kann bei Instagram, dieses ganze Social, Snapchat. Das nächste ist, die Idee muss einfach verständlich sein. Also man muss die einem Dreijährigen erklären können und der müsste die direkt verstehen. Das wird auch immer schnell Evaluator Pitch genannt, quasi der Aufzug Pitch bzw. innerhalb von 60 Sekunden das Geschäftsmodell erklären. Am besten ist aber natürlich noch in ein, zwei Sätzen. Dann das nächste, investiere da, wo deine Kompetenz liegt. Ich würde jetzt niemals investieren in irgendein Pharmaunternehmen, in irgendwelche Produkte, die ich gar nicht kenne, aber dann natürlich im Fintech-Bereich oder ja, wo die Kompetenz halt liegt. Man sollte nicht außerhalb seines Kompetenzkreises großartig investieren. Das birgt Risiken mit sich. Punkt 5, ein funktionierendes Konzept. Also ich will ein Proof of Concept. Also die Leute sollen mir nicht irgendwelche Ideen vorlegen, sondern ich möchte schon, dass es quasi ja eine Beta-Version gibt oder das Produkt schon mal am Markt getestet wurde. Dann hat das Ganze schon mal ein Proof und die Erfolgsaussichten sind höher als nur eine Idee oder es fehlen noch Lizenzen oder sowas. Dann Netzwerk ist ganz wichtig. Man sagt auch immer, your network is your net worth. Also quasi dein Netzwerk ist auch dein Reichtum. Also hat das Unternehmen schon spezielle Berater strategische oder Investoren, die vielleicht noch in anderen Bereichen investiert sind, die davon Ahnung haben, die das Team unterstützen können. Dann Punkt 7, wie ist die Mittelverwendung von dem Crowdfunding? Wollt ihr damit nur die nächste Weihnachtsfeier finanzieren oder ins Ausland expandieren oder was sind die konkreten Vorhaben? Was auch ganz wichtig ist, ist der Investorenvertrag. Dort wird genau erklärt, was sind die Anteile, wie sieht es aus mit der Verwässerung, wenn in den nächsten Finanzierungsrunden andere Investoren kommen. Darauf muss man auch sehr achten. Nämlich selbst wenn das Startup sehr erfolgreich ist, aber die Verträge schlecht geschrieben sind, kann es sein, dass man im Endeffekt mit Null rausgeht. Deswegen ist das auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Und dann, wohin geht die Reise? Wie sind die Finanzdaten? Meistens wird dann quasi so ein Financial Forecast gemacht. Also wie sieht das in der Zukunft aus? Was plant man für Umsätze? Damit man eine grobe Richtung hat und weiß wirklich, wo die Reise hingehen soll vom Unternehmen und dann eine grobe Einschätzung dazu hat. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Money Management. Denn die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Denn nicht jedes Startup ist wie gesagt ein Gewinner bzw. ein Unicorn, also ein Einhorn wie Facebook, Instagram, was ich genannt habe. Sondern von 10 Investments müssen meistens ein oder zwei die anderen Verluste ausgleichen bzw. übertreffen. Deswegen heißt das Ganze auch Risiko- oder Wagniskapital. Also es gibt so ein paar grobe Faustregeln. Also man sollte natürlich kein Geld investieren, das man nicht zur Verfügung hat bzw. nur auf ein Tagesgeldkonto und danach nicht mehr liquide wäre. Sprich, man legt sich erstmal so ein Tagesgeldpuffer an von drei bis sechs Monaten. Dann macht man sich ein Security Bucket, wo man in die sicheren Anlagen investiert, seien es Bonds oder was nur sehr wenig Rendite gibt, aber dafür sicher. Und dann hat man quasi sein Wachstumsbucket, also sein Wachstumseimer und dort kann man sein Wachstumskapital investieren. Also man investiert auch nur wirklich Geld, das man gewillt ist bzw. auch verkraften kann zu verlieren. Denn ein Totalverlust ist natürlich möglich. Und man sollte generell nur maximal 10% seines Vermögens in solche Anlagen investieren. Eher fünf und das über mehrere Startups streuen, um eine gewisse Divisifikation zu bekommen. Aber man sollte auch nicht zu breit streuen. Warum, seht ihr auf der nächsten Folie. So machen es nun zum Beispiel die Profis bzw. Peter Thiel hat das in seinem Buch sehr schön beschrieben, was ich euch auch empfehlen kann und auch mal verlinken werde, oben rechts in der Infobox oder unten in der Beschreibung. Hier seht ihr mal eine Grafik, wie sieht das aus mit erfolgreichen Startups, von wie viel schaffen es wirklich solche Unicorns, so wirkliche Facebooks zu werden. Und das ist eigentlich nur eins von 10, 20. Also wie ihr schon gesagt habt, die Regeln investieren nur in Startups, die die Verluste der anderen ausgleichen können bzw. übertreffen können. Das ist seine erste Regel. Seine zweite Regel besagt, es gibt keine andere Regel, weil Regel 1 so restriktiv ist. Also es mag Geschäftsmodelle geben, die gut sind, aber wenn sie nicht das Potenzial haben, so ein Unicorn zu werden, dann ist das für Peter Thiel kein Investment. Zum Beispiel sein Fonds investiert in nur 5 bis 7 Startups. Und wo wir das jetzt machen können, schauen wir uns mal an. Also welche Plattformen gibt es denn? Wichtig dabei ist jetzt nicht, welche diese Plattformen, die ihr hier seht, nehmt. Es gibt nämlich noch viel, viel mehr. Sondern das Wichtige ist, wo gibt es gute Investmentchancen, wo gibt es diese guten Unicorns, also diese wirklich guten Startups, die durch die Decke gehen können. Das ist viel wichtiger als die Plattform. Im zweiten Schritt kann man dann natürlich schauen, wie ist das Beteiligungsmodell, sprich wie ist die Vergütung im Falle eines Exits durch IPO, wie ist die Umsatzbeteiligung, wie sind die Laufzeiten der Verträge, wann kann man das wieder kündigen, das ist im zweiten Schritt dann sehr wichtig. Ich persönlich habe jetzt bei zwei Plattformen investiert, das ist einmal links Seedmatch und Compatisto. Bei Seedmatch habe ich in vier Startups investiert und bei Compatisto in eins. Aber ich würde auch in die anderen Plattformen investieren, beziehungsweise in ein Startup aus deren Portfolio, wenn es dort ein gutes Investment gäbe. Also ich bin nicht beschränkt auf irgendeine Plattform, sondern ich halte mir alle Möglichkeiten offen. Ich hätte gerne einmal Wissen zu mitnehmen, bitte. Also was können wir machen? Im Englischen wird das Success Modeling genannt, quasi man versucht von den Großen zu lernen. Sprich, man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern man folgt dem Geld und man schaut, wo investieren die Großen? Wie machen sie das? Und davon kann man sehr, sehr viel lernen, kann das vielleicht auf sich ein bisschen anpassen. Aber tendenziell haben die ja schon quasi Trial and Error viel funktioniert, beziehungsweise bewiesen, dass sie erfolgreich sind. Und wo schaut man das jetzt nach? Es gibt natürlich Blogs, Investorenbriefe. Warren Buffett gibt jedes Jahr seinen Investorenbrief raus. In Foren, Bücher, Biografien sind exzellent. Viele sagen, das ist die Fast Line, beziehungsweise Überholspur zum Erfolg. Es ist keine Abkürzung, aber man kann das Wissen von anderen adaptieren und dann möglichst bei sich implementieren. Und natürlich auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr alles lernen. Als kleines Bonus, ich hatte ja gesagt, bei diesen Regeln, beziehungsweise neuen Geboten, dass man nur in seine Expertise investieren sollte. Ich selbst persönlich habe aber auch schon in andere Bereiche investiert, wo ich nicht die volle Kompetenz hatte. Und dann frage ich meistens Freunde und Bekannte, die eine Expertise in dem Fachbereich haben. Und dann frage ich, ja, was hältst du davon? Würdest du das Produkt oder deinen Service selbst nutzen? Und warte dann meistens die erste Redaktion ab und der erste Instinkt ist dann meistens schon so der Richtige, der sagt, oh ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt kaufen würde. Oder wenn er sagt, oh, das würde ich direkt kaufen, dann ist das für mich schon so ein Proof of Concept wieder mehr, wo ich sagen würde, okay, das ist ein potenzielles Investment, wenn alle anderen Faktoren dort stimmen, wäre ich gewillt, da rein zu investieren. So, das war es fast wieder für diese Woche. Noch zwei wichtige Dinge habe ich. Bevor ihr jetzt voller Euphorie loslegen wollt und in das nächste Startup investiert, informiert euch zunächst, denn emotionale Entscheidungen sind meistens die falschen. Damit ihr die Grundlagen und auch einige Zusatzinformationen auf einen Blick habt, habe ich euch ein kostenloses PDF zur Verfügung gestellt, was ihr unter dem Video oder oben rechts in der Infobox runterladen könnt. Und nächste Woche Sonntag um 18 Uhr schauen wir uns dann einmal an, wie wir Geld sparen können und ohne Schuldbewusstsein konsumieren können. Dazu gibt es ein einfaches System, was jeder für sich anwenden kann. Also abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und in der Zwischenzeit bis nächsten Sonntag habe ich hier rechts noch einige Videos verlinkt, mit denen ihr eure finanzielle Allgemeinbildung weiter verbessern könnt und langfristig zum erfolgreichen Investor werdet. Also bis dahin, invest smart statt hart.